Wir sind im Leipziger Westen, und zwar im Stadtteil Lindenau. Ich wohne momentan hier in der zweiten Etage der Georg-Schwarz-Straße 7. Die Georg-Schwarz-Straße ist eine sehr interessante Straße. Sie war vor vier, fünf Jahren eine Straße mit sehr, sehr schlechten Neumund und hohem Leerstand. Und in den letzten Jahren ist hier ziemlich viel passiert. Ich bin Roman Grabolle. Ich wünsche mir für Leipzig, dass Leipzig nicht das neue Berlin wird. Vor vier, fünf Jahren fing eben dieser Hype um Leipzig an. Und Hypezig ist natürlich dann sozusagen die Essenz aus dem Hype um Leipzig. Also dieser Ruf, es gäbe noch Freiräume. Es wäre hier so wie in Berlin in den 90er Jahren mit ganz vielen wilden Clubs. Und alles ist möglich und man kann machen, was man will. Das führte so eben zu Hypezig. Komm rein, komm rein! Lindenau-Leutsch war halt im Dornröschenschlaf. Ich bin jetzt hier seit einem Jahr am Wirken und in dem einen Jahr sind Häuser saniert worden. Ein Traum. Ich hoffe nur, dass dieses Geldbürgertum nicht wieder alles versaut. Ich mache den Leuten ja keinen Vorwurf, dass sie viel Geld verdienen. Aber dann sollen sie doch nicht jeden Mietpreis bezahlen, bloß um dort wohnen zu können. Wo eben die wohnen, die es sich nicht leisten können. Und durch diese Verdrängung das Klima verderben. Leipzig kommt aus einer Phase mit sehr hohem Wohnungsleerstand und sehr günstigen Mieten. Und das ändert sich jetzt gerade durch einen enormen Zuzug. Jedes Jahr kommen 10.000 bis 15.000 Leute dazu. Damit fangen auch langsam an, Mieten zu steigen. Also hier hat man ein Beispiel, was bereits saniert ist. Und hier wird die Sanierung in den nächsten Monaten oder Anfang nächsten Jahres beginnen. Die Wohnungen, die jetzt hier saniert werden, werden auch fast alle auf einem höheren Niveau mit einer teureren Ausstattung saniert. Entsprechend teurer sind auch die Mieten, sind ungefähr doppelt so hoch. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, wer kann da zuziehen oder wer kann diese Wohnungsangebote nutzen. Wichtig wäre aber trotzdem, dass Leipzig eben nicht das neue Berlin wird und nicht in fünf Jahren so aussehen soll, wie Berlin jetzt. Mit massiver Verdrängung von Mieterinnen, mit steigenden Mieten, mit einer steigenden Zahl von Zwangsräumungen. Ich wünsche mir für Leipzig, dass Leipzig eine Stadt für alle bleibt, unabhängig von der Herkunft oder vom Einkommen. Und dass auch möglichst viele von diesen Freiräumen, die auch diesen Ruf von Leipzig ausgemacht haben oder dieses Bild von Leipzig geprägt haben, noch lange und möglichst für immer erhalten bleiben. Läu Läu Läu